Richtig, genau. So, jetzt kommen wir einen Kasten. Sehr schön. Hallo, grüßen Sie. Ja. Wir sind von Ola. Ja. Wir haben doch schon mal miteinander hier oben mal spazieren dürfen. Das kann sein. Ja, das kann sein. Genau. Jede Woche in einer anderen Gemeinde vom Osthalbkreis mache ich einen Rundgang der offenen Fragen. In Gmünd war es hier auch schon. In Gmünd, da habe ich es vorgestellt, das Konzept. Genau, richtig. Und jetzt, wie gesagt, machen wir das jede Woche. Jede Woche waren wir in Essingen. Alles klar. Und jetzt am kommenden Samstag ist auch ein Kocher angesagt. Und am Samstag in einer Woche ein Neeresheim. Ja. Ganz einfach. Kannst du dir vielleicht noch sagen, der Infokanal bzw. wo man Informationen herkriegt? Ja gut, das läuft über Telegram. Mein Mann, der die Infos macht, der ist gerade noch in der Stadt. Der kommt nachher raus. Wie gesagt, dann kann ich Ihnen genau den Kanal sagen. Okay. Weil ich habe doch keine Zeit für die Sache. Alles klar. Gut, danke sehr. Alles klar. Geht. Ja. Also am Norden, hier in Heiderheim kommen jetzt richtig, richtig viele Leute. Also ich wollte mal sagen, ich habe vorher mal gezählt, das müsste jetzt mittlerweile bestimmt ca. mindestens 200-300 Leute sein, die sich jetzt hier versammelt haben. So jetzt warten wir mal, wenn die zwei ums Ecom kommen, die werden halt etwas spitze, wenn ich zufällig das Timing jetzt hätte, dass die jetzt hier ums Ecom fahren würde. Gut, also, dann schalten wir mal wieder zwischendurch mal ab. So, jetzt der Bus, der kommt jetzt ums Ecom, steht, dass er herkommen kann. Sehr schön, jetzt schauen wir mal, wo der Bus dann hier Platz nimmt, reingefahren wird. So, wunderbar. Und richtig viele Leute sind hier, das ist natürlich absolut gigantisch. Man hört's, Beifall. Jetzt muss erst mal einen Schirm werfen. Oh je, oh je, oh je, oh je. Leute machen da vorne Platz. Ja. Ja, man muss aber auch, man braucht auch Platz, muss ich sagen, wenn man da konstant unterwegs ist. Man muss auch noch arbeiten. Dann gehen ja beide, wenn sie auch rum, oder zu dritt, wo sie gerade unterwegs sind. Und da brauchen wir schon was. Da ist ein kleines Reisemobil, ist dann natürlich zu klein. Und jetzt schauen wir mal, auch wie viele Leute hier sind. Man sieht's, der Platz ist gerammelte voll. Gerammelte voll. Absolut gigantisch. Also hier sind bestimmt mindestens über 300 Leute. Es langt nicht der Fall mal gezählt, mal 100. Und es sind also mindestens drei Mal so viele. So, jetzt schauen wir mal. Also mal kommen sie hinten raus. So, wunderbar. Wunderbar. Jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter vor. Schauen wir mal, ob wir sie live bekommen. So, jetzt schauen wir mal live. Hast du das? Ah, okay. Ah, okay. So, jetzt schauen wir mal, wie es aussieht. So, aber ich gehe mal davon aus, dass sie hinten rauskommen. Weil vorne ist halt der Lieferenteneingang. Vorne beim Busfahrer. So. Wunderbar. Jawohl. So gut. Hallo Heimheim. Danke, Wahnsinn. Großartig. Wunderschön. Vielen Dank. Das ist so ein toller Empfang. Das tut so gut. In einer Welt, die so verrückt ist, dass man es den Worten kaum noch passen kann. Ja. Ja. Lauter. Wasser. Wasser. Ich drehe heute die Reihenfolge mal ein bisschen um. Was denkt mal der Wolfgang da zu reden? Ich mache nur so die organisatorischen Ansagen. Und wir machen jetzt kurz die eine Box dran, damit man es gut versteht. Lauter. Kommt gleich. Wird gleich ganz laut. In der Zwischenzeit könnt ihr schon alle bitte den Helikopter machen. Wir haben hier in netter Weise keine Auflagen außer Abstand. Das können wir einhalten. Jeder, der den Livestream verfolgt hat, weiß, wie der Helikopter geht. Wenn wir jeder mitmachen, das ist wichtig, weil wir sind in allen Fällen hier nämlich gesprächsbereit. Und wir wollen die Auflagen erfüllen, damit wir die Möglichkeit haben, das immer weiter hier zu machen. Das sieht schon ganz gut aus, soweit. Am Samstag ist hier um 15 Uhr die Karassen. Um 11 Uhr. Ja, wir können bis 15 Uhr bleiben. Also, am Samstag um 11 Uhr in der George-Levine-Anlage ist die Veranstaltung hier. Die dann bitte noch mit doppelter Teilnehmerzahl unterstützen. Das ist ganz wichtig. der Ton wird jetzt auch getestet. So, dann übergebe ich. Hallo Eideneim! Köppingen, Ulm, Esslingen, Schwäbisch, Mönn, ich glaube, sind alle da, oder? Ich bin der Erste heute, weil die kein Schwäbisch kennen. Willkommen zum Schwäbischkurs Nummer 39. Und jetzt kommt die mathematische Herausforderung von unserer Bundesregierung. Wenn man im Schnitt drei Termine am Tag macht, wie lang sind wir unterwegs, bringen die nicht nach. Das ist eigentlich zu traurig, um Witze darüber zu machen, aber wir wollten ja auch nicht immer nur über die Kameraden schimpfen, weil die glauben ja, sie tun ihr Bestes von uns, aber leider ist das nicht so. Das habe ich früher gedacht. Das ist nicht so. Ich fange gleich mit dem an, wozu ich mein Handy brauche, dann kann ich es nämlich weg tun, weil das ist das, was mich im Moment am meisten nervt. Noch ein Netz-Handy, Gott sei Dank kann ich das. Mich nervt, wenn ich so einen Blödsinn lesen muss. Lirum larum löffelt Stiel. Coronaviren infizieren viel. Den Impfstoff gibt es leider nicht. Darum herrscht die Maskenpflicht. Trag immer Schutz vor Nase und Mund, sonst bist du tot nach dieser Stunde. Wer sich so einen Schwachsinn ausdenkt für unsere Kinder, der kehrt aber in der ersten Sekunde von seinem Job entfernt. Ich habe es umgeschrieben vorhin in meiner 5-Minuten-Pause, wo meine zwei Freunde ein tolles Interview gemacht haben. Ich habe es umgeschrieben in zwei Versionen. Lirum larum löffelt Stiel. Angst vor Coronaviren brauchst du nicht. Trau dem Gott, der in dir spricht, und hau die Masken in die Kiste. Trag niemals Schutz vor Nase und Mund, dann bleibst du stark und gesund. Und jetzt kommt die Variante Original 1931, angepasst für unsere Politiker. Lirum larum löffelt Stiel, Frieden, Liebe, Freiheitsgefühl. Wer das nicht kann, der kann nicht viel. Lirum larum leck, Morgelspan, Drosten Söder weg. Und was ich eigentlich wirklich sagen will, dass es ein Schande ist, wie man mit unseren Kindern umgeht. Und zwar, egal wo ich nachgucke, wir sind da heute Morgen im Bus gefahren, da ruft eine Lehrerin aus dem Unterricht an und sagt, der kennt, der hat fast umgefallen, was sie machen sollen. Dann sage ich, vielleicht probieren wir es mal mit Maske abnehmen. Und bis jetzt wartet drauf, dass die sich committen, dass wir ein Interview machen können. Weil wenn wir nicht alle verstehen, dass wir alle da nachstehen können müssen, und da meine ich jetzt nicht euch, weil das ist ja wie bei jeder guten Vereinshauptversammlung, dass man immer auf die schimpft, die nicht kommen, und man sagt es denen, die da sind. Das heißt, egal was wir sagen, ihr seid, glaube ich, nicht angesprochen. Egal, ob das die Lehrer, die Politiker sind oder wer auch immer. Ich bin auch ein friedfertiger Mensch mit dem Herz am rechten Fleck. Und ich kann es bis heute nicht verstanden, wie im März 709 abzüglich aber ganz wenige von unseren hochbezahlten, hochdotierten Bundestagsabgeordneten, die wir treu und brav gewählt haben, im ganzen Land, wie die alle unserer Demokratie ihr Mandat abgeben können haben und die Demokratie begraben können haben. Weil die haben es verbrochen. Nicht wir haben es verbrochen, die haben es verbrochen. Und das, um drei, vier so Kasper hinterher zu springen, die was weiß ich was für Ziele verfolgen. Wenn ich immer mit Leuten ins Gespräch gehe und ich dann immer merke, dass die sich noch nicht mal einen halben Tag mit dem Virus beschäftigt haben, weil länger als einen halben Tag braucht man nicht, um zu merken, dass wir kein Killer-Virus unterwegs sind, da muss man sich nur faktisch die Zahlen angucken. Und wenn ich den Leuten die Zahlen erkläre und zeige und am Bodo seine tolle Grafiken nehme, wo er jetzt seit über die Jahre hinweg immer zeige, dass wir sogar Untersterblichkeit haben. Und dann kommt am Ende von dem Gespräch, ja, aber ich bin anderer Meinung. Dann sage ich immer, wie kannst du mathematische Fakten mit der Antwort beantworten, ich bin anderer Meinung. Anderer Meinung kannst du über den Glauben haben oder über was weiß ich, ob du impfen kannst oder nicht, da kann jeder seine eigene Meinung haben. Aber Zahlen sind Zahlen, das sind Fakten. Und deshalb stand ich hier, weil ich die Lügen hasse. Und deshalb auch mein Appell, da wird der Bodo noch was sagen, ein Appell an unsere Bundestagsabgeordneten, man hat endlich das Maul auf, das kann nicht sein, dass ihr das nicht wisst. Ich habe unsere auch, in meinem Heimatkreis, wenn ihr wisst, wo das ist, ich sage es jetzt nicht, die habe ich auch geschrieben, dann ist bloß zurückkommen, so sag es auf Schwäbisch, weil das kann man ja hier, wenn du zu blöd bist, Corona zum Verstandenen muss lassen. Dann habe ich gedacht, ja und wenn du zu blöd bist, zum Rechnen, dann lässt du es besser deinen Job. Weil ich kann rechnen, weil wir nie als Unternehmer nicht rechnen können, das wäre mein Laden schon lang kaputt. Wo sieht es aus? Und das ist nämlich das, was die jetzt mit uns machen. Und wenn ich den Leuten immer sage, die haben andere Pläne als unsere Gesundheit, dann sagen die zu mir, ja was für Pläne? Dann sage ich, perfide Pläne. Ja, erklär es, dann sage ich immer, das macht keinen Sinn, wenn ich dir erkläre, was ich mir in sechs Monaten angehört und angehört habe. Das musst du selber machen. Aber, ich schicke sie dann auf die Reise. Ich sage, guck auf YouTube noch, Event 201, dann siehst du, wie sie die Pandemie 2019 geübt haben. Dann kannst du gucken, wer da war. Kein Arzt, kein Virologe, aber lauter Unternehmer, Pharma, Banken, alle waren da, aber kein einziger Virologe. Und da haben sie schon im Oktober 2019 von den Corona-Viren und von der neuen Normalität gesprochen. Dann schicke ich sie zur WHO, zur Melinda und Bill Gates Stiftung, dann schicke ich sie zu denen ganze Super-Reihe, George Soros und wie die alle häusern, und dann sage ich, mehr sage ich dir nicht, den Rest musst du selber machen, weil wenn du die Erkenntnis nicht selber hast, dann lernst du nichts. Und ich muss zugeben, meine größte Hürde im März war, mich zu überwinden, zu glauben und zu verstehen, dass Frau Morgel kein Opfer ist, sondern eine absolute Täterin. Und das ist mir wirklich schwer gefallen, weil ich auch die gute Frau auch schon gewählt, so wie andere auch schon gewählt haben, bei uns in Baden-Württemberg. Ich meine, ihr wisst es, wir waren ja alle mal, haben alle mal gedacht, jetzt kommt der Herr, jetzt kommt der Herr, nicht der Herr Öztemir, den habe ich mittlerweile auch abgehakt, sondern unseren Ministerpräsidenten, Helfer, den Gretschmann, und wo der im April, oder wo der erste Lockdown kommt, uns alle zum Denunzieren, unsere Nachbarn aufgerufen, dann habe ich mir gedacht, du Dreck, ihr entschuldigt mir das Wort, ich nehme es zurück, weil ich will nicht schimpfen, aber wer seine Nachbarn zum Denunzieren aufruft, ich habe dann eine E-Mail an den Bundestag geschrieben, an ganz viele Bundestagsabgehörige, den Spruch kennt mittlerweile jeder, der größte Lumpen im ganzen Land, wisst ihr, wie es weitergeht, und da habe ich wirklich den gemeint, weil das ist, ich habe wirklich mal gedacht, er reist in unserem Ländle was, aber die Zeiten sind vorbei, wo wir Ministerpräsidenten haben, die was reisen, gucken nach in die Bundesländer, die reisen alles nix, die Mann hat super Telefonkonferenzen, mit der Frau Merkel ziegen, das Kniggeier Mann hat mit, ja, und wenn man sich dann mal ein bisschen damit beschäftigt, wo unsere Medien ihre Informationen herkriegen, dann versteht man auch, warum in jeder Zeitung mittlerweile jeden Morgen der gleiche Dreck statt, ich kann da nur sagen, abstellen, abstellen, Fernsehausschalter, ich meine, ihr werdet alle schon nicht mehr Fernseh gucken, aber die 80% von euren Mitbürgern, die gucken jeden Abend Tagesschau an, die neue Popstars, früher waren die mal gute Musiker, die Popstars, heute sind die positiv Infizierte, ich sage jetzt bewusst infiziert, weil es die ja so schreiben, für mich ist das was ganz anderes, die positiv Infizierten, das sind die wahre Popstars, wow, wow, schon wieder 2000 mehr, Maske auf, Maske auf, und am besten noch im Look vom Hemd, damit es auch gut aussieht, wenn man durch die Stadt läuft, und kommt, wir probieren es aus, und wenn da hinten heißt, jetzt klappt es, dann schwätze ich weiter, geht es besser? Ja, ich kann ja die Boxe hochheben. Auf jeden Fall, auf jeden Fall kann man da nur appellieren, an alle die, die ich genannt habe, ich meine, mit den Medien habe ich kapituliert, das ist besser, man liest es nicht, dann schaut sich noch andere um. Ich meine, ich habe vor März 2020 treu und brav meinen Job gemacht, habe meine Steuere gezahlt, habe auf Tagesschau, die ich jeden Tag zweimal gucke, da hat Frau Merkel gesagt das, und der sagt das, und habe gedacht, weiter schaffen. Aber im März 2020 hat es mit der Maße, verrissen, weil ich gleich gemerkt habe, ich habe allerdings, muss ich sagen, meine Vorgeschichte war, ich habe das schöne Buch, der größte Crash aller Zeiten, von unseren schwäbischen Kollegen, Geschenk zu Weihnachten gelesen, habe ich es nie, aber fünfmal angehört, manche Kapitel wahrscheinlich sogar öfters, und dann kam Corona, und habe ich gedacht, ey, komm, das kann nicht sein, die verarschen uns, sondern Strich und Faden. Das, was die sind ganz andere Ziele, das, was die vorhersagen, und man merkt es ja langsam auch ganz sicher, dass Frau Merkel zwar vornherum einen auf Corona macht, aber hinterherum einen ganz anderen Plan fährt. Guckt euch an, was ihr mit der AfD macht, ich bin kein AfDler, sage ich klar, deutlich, ich habe kein Parteibuch, ich habe kein Kirchenbuch, und ich habe gar nichts, ich bin einfach bloß ein Mensch. Aber was da im Hintergrund alles weg, eliminiert wird, wegrationalisiert wird, unser Mittelstand wird wegrationalisiert, die wartet ja bloß drauf auf den Lockdown, damit es die Firma voll am Kragen nimmt, damit andere mit wenig Geld viel von unserem Champion in Baden-Württemberg aufkaufen dürfen und vom ganzen Land, nicht nur Baden-Württemberg, es ist wirklich eine Katastrophe. Nur habe ich leider den Eindruck, dass meine mittelständischen Kollegen das überhaupt noch gar nicht verstanden haben. Die sind nämlich stolz drauf, dass sie auf YouTube sich selber posten können als Geschäftsführer, ich habe einige gesehen, mit vielen Masken, posten sich, dann denke ich mir, also wenn ich Teil Mitarbeiter werde, die denken, du hast da oben nämlich alle Tassen im Schrank. Weil wie kann man seine Mitarbeiter so in ein Meinungsbild reinzwingen, geschweige denn in einem Unternehmen, wo man Platz hat, wo sie sitzen können, mit der Maske rumlaufen, zu lassen. Ihr habt da überhaupt gar kein Verständnis mehr. Ihr könnt da nur aussagen, wenn es euch Unternehmer dann irgendwann am Kragen nimmt, dann sagt nicht, die andere waren es schuld. Ihr seid alle selber für eure Unternehmen verantwortlich. Ich bin ja nicht der, der schimpft. Ich möchte nur appellieren an die Lehrer, was hat aufgegangen mit unseren Kindern, andersrum, Eltern, was hat aufgegangen, liebt eure Kinder und macht was für eure Kinder. Jeder Hund geht mit seinen Welpen besser um wie die meisten Eltern im Moment mit ihren Kindern. Ich bin auf der Schwäbischen Alt mit Pferd groß geworden, mir entzüchtet, dann guckt ihr mal, was eine Studie macht, wenn sie eine Fohle hat, wenn ihr Tiere aufmacht und bloß Futter bringen will, selbst wenn sie euch kennen, so müssen sie euch benehmen, so müssen sie euch aufführen. Ich gebe den Lehrer, die Schule, die Schulleiter vor allem und die Kultusminister, die kann nicht und sage denen, wer mit ihren Kindern nicht ordentlich umgeht, ihr zeugt sie auch. Es gibt genügend Anwälte, Anwälte für Aufklärung, Eupharsuche, Klagepaten, EU, wir haben genügend Teams organisiert, die euch helfen, den Lehrern zu sagen, so geht ihr nicht mit unseren Kindern um. An unsere Politiker habe ich schon appelliert, mit wenig Hoffnung, an unsere Regierung appelliere ich gar nicht, die kehren einfach bloß weg, ohne dass sie jetzt sagen können, wem wir dann danach setzen, weil mir fällt ehrlich gesagt gar keiner mehr ein. Egal in welcher Partei man da reinguckt, die machen alle mit, die sind alle hörig, also ich kann es gar nicht verstehen, entweder können sie nicht denken oder sie wollen nicht denken. Eins von denen zwei so jetzt noch eine Information, dann übergebe ich an der Bodo. Wir werden ein neues Unternehmernetzwerk gründen, weil sie eine neue Gesellschaft gründet. Wir werden einen Telegram-Kanal aufmachen für alle mittelständischen Unternehmen. Den nennen wir Freiheitsunternehmer. Wir haben heute Morgen zuerst gesagt Freiheitsbusiness, aber wir sind deutsch. Und für mich, und für mich kommt es unter, das Wort Unternehmer kommt von mir, von Unternehmen. und was unsere Regierung macht, ist unterlassen und nicht unternehmen. Und wir müssen unternehmen. Deshalb mein Aufruf, Appell, viele vernetzen sich schon mit mir. Ich habe jetzt unheimlich viele wache Unternehmer kennengelernt, die alle Respekt haben vor dem, was passieren könnte. Da sage ich nur, habt keine Angst, es werden sich neue, wenn sich Lieferanten, Kunden, was weiß ich, was passieren könnte, es werden sich neue Netzwerke bilden, neue Beziehungen bilden. Wir müssen keine Angst haben, weil die Welt geht auf jeden Fall weiter, da bin ich sicher. Weil das, was hier passiert, das entscheidet nicht Frau Merkel oder irgendein Virus, sondern entscheidet unser Herrgott. Und der wird schon für uns sorgen, da bin ich mir ganz sicher. Insofern danke ich alle denen, die hier stehen. Ich danke alle denen, die da draußen mutig, ohne Maske in die Läder gehen, weil das Denunziantentum unserer Mitmenschen nimmt ja gerade kein Ende. Also man muss ja wirklich mit Repressalien umgehen können, wenn man unter das Volk hat ihr Leben stauern beim Tanken. Aber ich sage dann immer, entweder kriegst du dein Geld oder ich setze die Maske auf. Und von den zwei, das ist natürlich schwierig. Was sich gut bewährt hat, ist, dass mehrere gleichzeitig losgehen, dass wenn man sich alleine den Schultrau, dass man jemand mitnimmt, Querdenker, Friedensboden, egal wie, Vernetzer, Netzwerke bilden, neue Gemeinschaften bilden und dann den Kandidaten zeugen, dass wir nicht mehr länger mitmachen. So, ich danke euch und wünsche allen noch einen toller Tag. Regner tut es ja nicht und ich werde es gerne an der Voto. Danke. Wolfgang Greulich vom Unternehmer zum Supporter, zum Tourmanager, zum Redner und das macht er verdammt gut. Und wir alle wachsen an unseren Aufgaben und wir alle haben gemerkt, dass viele Menschen, mit denen wir früher gedacht haben, dass sie unsere Freunde sind, dass sie uns nie richtig zugehört haben und dass man sich nur dann unterhalten konnte, wenn man das wiedergegeben hat, was gerade angenehm war, aber nicht das, was kritisch ist. Aber dann haben wir uns umgedreht und haben festgestellt, da gibt es noch viel mehr Menschen. Gute Menschen, Menschen mit einem Herz, die sich gegenseitig helfen und jeder, der hier ist, kann das spüren und jeder, der in Berlin war, hat das gespürt, dass das eine echte Energieform ist, die wir hier erleben. Wir müssen alle aus der Komfortzone raus, auch wenn es weh tut. Und am Ende wird es so sein, dass wir im Licht stehen werden und die anderen werden versuchen, wie Kakerlaken unter den Tisch zu laufen und sich irgendwo unter der Anrichte zu verstecken. Die Freiheitsboten sind eine der am schnellsten gewachsenen Bewegungen, die wir überhaupt aufgebaut haben. Und sie geben jedem die Möglichkeit, mitzumachen. Und die Öffentlichkeit hat Angst davor. Und die Presse hat Angst davor, dass wir Mainstream sind, dass wir mehr Einschaltquote haben als NTV mit seinen Horrorszenarien, die heute wieder unsere hochgeschätzte Angela Merkel mit ihren Ministerpräsidenten raushauen. Und die Bild-Zeitung lässt sich darüber auf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die reden darüber, wir können in den Lockdown kommen. Ach nee. Und ARD und ZDF sagen, das sind ja neue Fälle, aber es werden ja gar keine Leute krank und die Zahlen steigen nicht an. Ach nee. Da müssen wir was machen. Da müssen wir was machen. Und wo kommen denn die ganzen Zahlen her? Hat da jetzt einen Gesundheitsexperten, haben sie jetzt auch bei der Bild-Zeitung heute im Interview wieder. Dann sagt der, ja, also wenn wir genauso viel testen würden, wie wir im März und April getestet hätten, dann hätten wir jetzt nur tausend neue Fälle. Ach nee. Und die Todeszahlen würden ja gar nicht so ansteigen und die Krankenhausbelegung, das heißt, wir brauchen im Moment gar nicht diese Betten, sagt der Gassen, der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, dann hat er aber wieder nicht genug Eier in der Hose, um zu sagen, dass das nicht richtig ist, mit 50 Infizierten zu reden, sondern dass man das abhängig machen muss von der positiven Rate, wenn man schon eine Zahl braucht und keinen Menschenverstand. Und man sollte Fragen stellen für alle, die das nicht geführt haben. Warum haben die Verschwörungstheoretiker gesagt, es wird im Herbst einen neuen Lockdown geben? Warum haben die Verschwörungstheoretiker gesagt, im Herbst wird diese Welle wieder größer werden? Warum hat der Verschwörungstheoretiker Schiffmann gesagt, dass ab Oktober Corona-Viren wieder fliegen? Weil wir das wissen? Weil da überhaupt kein Geheimnis dran ist, weil wir keine Glaskugel brauchen? Weil wir einfach nicht bei ARD und ZDF gucken, sondern wir benutzen das hier. Gehirn! Gehirn! Genau! Du hast es kapiert. Wir benutzen unser Gehirn und lassen uns nicht unterhalten. Und die meisten Menschen, die man sieht, sind die mit Mediendiät, die kein Fernseh gucken. Wer von euch gehört zu denen, die kein Fernseh gucken? Ach nee! Warum wundert mich das jetzt nicht? Das Geilste an dieser Pandemie ist, dass die kompletten Drehbücher nie geheim waren. Die Dummheit der Menschen ist so unglaublich unendlich groß, dass sie noch nicht mal auf die Seite des Bundestages gehen können und sich das runterladen, dass es da ein Strategiepapier gibt, dass es ein Szenario 201 gibt, dass es Rockefeller Papiere gibt, das ist alles frei verfügbar. Da braucht man doch nicht mal irgendwo geheime Quellen. Das findet man. Aber nicht, wenn man Fernseh guckt. Und das Öffentlich-Rechtliche sagt, Schiffmann lügt, wenn er davon spricht, dass Kinder gestorben sind. Das ist bla bla bla, so ist es. Wir haben gerade, wir haben gerade eben ein... Wer ist das denn? Wir haben gerade eben ein Interview geführt. Ich glaube, du bist an den Stecker gekommen. Wir haben gerade eben ein Interview geführt auf der Fahrt und deswegen sind wir früher aus Würzburg weggefahren. Und da hat uns ein Mitglied des Bayerischen Landtages bestätigt, dass am 16.09. ein 6-jähriges Mädchen gestorben ist, dass es nicht obduziert wurde, dass es keine Fake News sind. Und auch das werden wir mit unseren eigenen Mainstream den Leuten klar machen. Eben ist das Wort AfD gefallen. Ich habe das auch schon mal auf einer Demo gesagt. Ich habe, glaube ich, jede Partei inklusive der Linken gewählt bisher in meinem Leben außer der AfD. Weil ich immer gedacht habe, man guckt, wie sich ein Politiker verhält, was er für eine Rede macht und der wird schon irgendwo was Gutes wollen. Ich habe das geglaubt. Bis März. Und ich habe gedacht, wir haben eine Demokratie. Bis März. Jetzt glaube ich das nicht mehr. Jetzt sind wir in einer Diktatur und es werden noch mehr Menschen merken. Wien kam eine, hat uns am Parkplatz abgepasst und kam zu uns und hat uns das auch noch erzählt, dass sich bisher jetzt zurückgehalten hat. Viele werden jetzt merken, dass sie zu lange gewartet haben. Aber ich bin erschreckt, wie viele Menschen vom selben Schlag wie bei der Stasi und bei der Gestapo immer noch ihren Dienst verrichten in deutschen Schulen, deutschen Behörden, deutschen Ämtern, die gewillt sind, jede Form von staatlicher Willkür umzusetzen, ohne damit ein Problem zu haben, in den Spiegel zu gucken. Aber ich sage euch eins, die Völker der Erde haben diesmal dasselbe Problem und das ist die Mehrheit, die Menschen. nicht die Regierenden, sondern die Menschen haben die Mehrheit. Und Top-Virologen, die Kinder haben, werden sich irgendwann den Fragen ihrer Kinder stellen müssen oder ihrer Enkel. Warum hast du das gemacht? Du hast das doch besser gewusst. Du warst doch der, der das Ganze angeschoben hat. Mein Appell an Prof. Dr. Christian Drosten. Sie wissen genau, was Sie hier gemacht haben. Sie wissen genau, was Ihr PCR-Test aussagt und was er nicht aussagt. Sie wissen genau, dass bei Ihrer letzten Vorhersage Menschen durch Impfungen, die Sie vorangetrieben haben, Langzeitschäden genommen haben. Sie sind kein Politiker. Sie haben eine Chance. Sie haben die Chance, dass für Sie eine Kronzeugenregelung gelten könnte. Und Ihre Nachkommen werden Sie mit anderen Augen sehen, wenn Sie auf einmal rauskommen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mich instrumentalisieren lassen und ich habe Menschen belogen und ich bitte Euch um Entschuldigung und mir geht es nicht darum, irgendeinen von denen in den Knast zu stecken. Also ich meine, okay, wenn ich den goldenen Aluhut kriege, dann werde ich den verkaufen und für eine Insel investieren, damit die da drauf gehen können. Aber ansonsten macht das keinen Sinn. Das kostet nur Geld. Ich würde vorschlagen, dass Frau Merkel dann mit den alten Menschen, die im Moment Flaschen aus Mülleimern ziehen, den Platz tauscht. Und Herr Söder kann Ihnen dabei helfen. Und Sie können mal sehen, wie es den Menschen geht, die Sie in die Armut treiben. Und das wäre meine persönliche Idee, dass Sie nur einen Eindruck davon kriegen, wie es dem einfachen Mann da draußen nämlich geht und wie es sich anfühlt, wie es sich anfühlt, zu frieren, Hunger zu haben und nicht zu wissen, was man am nächsten Tag macht. Und wie es sich anfühlt, wenn Menschen verächtlich an einem vorbeigehen und wenn sie ein Herz haben, einem etwas an Geld geben oder etwas zu essen geben. Das fände ich wäre zumindest mal für ein paar Tage eine ziemlich gute Idee, um sich zu erden. Lieber Politiker, ich weiß, dass ihr meine Videos guckt. Wenn ich was sage, wird nämlich kurz darauf immer reagiert. Und vielleicht kommt es ja auf RTL. Geschnitten. Aber wir haben es auf Video. Ihr könnt euch das Original angucken. Oder auf Kanälen, die ihr nicht einfach zensieren könnt, so wie Facebook und YouTube. Wie viele Leute gucken uns hinzu? 15.000 Menschen auf D-Live. Und wenn ihr mir zuguckt, denkt drüber nach. Vielleicht hat irgendeiner von uns dann später was dazu zu sagen, auch bei Corona-Untersuchungsausschuss. Ich würde ein gutes Wort einlegen. Verspreche ich. Und ich bin nicht auf Rache aus, aber ich bin auf Gerechtigkeit aus. Und ich will niemanden bestrafen. Ich will Menschen die Chance geben, dass sie zu ihrem Gewissen stehen können und wieder in die Menschheitsfamilie zurückkehren können. Weil das ist mein Traum, dass wir durch diesen ganzen Corona-Quatsch zu einer großen, weltweiten Menschheitsfamilie werden. Dann ist nämlich Schluss mit Kriegen. Dann ist Schluss mit Leid. Und dann profitieren wir alle davon. Danke euch, dass ihr hier seid. Vielen Dank. Hallo Heidenheim, ich grüße euch. Ich rede jetzt Hochdeutsch. Ja, meine Lieben. Es ist heute mal wieder ein wunderbarer Tag in der Presse, wo man lesen kann, dass die Maßnahmen wieder verschlimmert werden sollen. Ihr habt es ja schon mitbekommen. Verschärft werden sollen. Wir müssen uns vorbereiten auf den nächsten Lockdown. Eventuell kommen wir schon wieder die Worte in den Mund, obwohl die Wirtschaftsweisen und alle möglichen anderen sagen, zweiter Lockdown halten wir nicht aus. Aber das scheint keinem Sorgen zu machen. Und wenn wir, egal was wir uns von den Politikern im Moment anschauen, gibt es nur eine Marschrichtung, ohne Sinn und Verstand, ohne Vernunft, ohne Nachfrage. Das besorgt einen. Weil man wirklich, früher hatte man meistens, wenn man, sage ich jetzt mal, sich zurückerinnert an bestimmte politische Situationen in der jüngeren Vergangenheit, hatte man immer noch das Gefühl, dass man mit manchen klugen Fragen oder Offenlegungen mancher Dinge bei Politikern irgendein Umdenken erreichen konnte. Oder man zumindest jemals mal die Chance hatte, mit Logik und Verstand das Ganze nach vorne zu bringen oder vielleicht den Kurs einer Regierung zu ändern. Das Gefühl habe ich seit diesem Jahr nicht mehr. Und das Problem ist, dass je eindeutiger die... Das Ding ist echt nicht mehr ganz in Ordnung. Ich nehme das andere. Eins, zwei. Läuft. Und das Gefühl habe ich, dass man, je mehr man mit logischen Argumenten kommt, desto weniger wird das Ganze mit Beachtung belohnt, sondern es wird immer mehr in den Ignoranzmodus geschaltet und die Fahrt, die man am Anfang eingeschlagen hat, geht unbeirrt weiter. Und das wird getan, obwohl man jegliche Rechte, jegliche Grundlagen, auf die dieser Staat gegründet ist, beziehungsweise auf dem Grundgesetz, egal was dieses Regelwerk sagt, egal das, was eigentlich recht und ordentlich ist, egal das, was logisch und vernünftig ist, das wird mit Füßen getreten und es wird weitergemacht. Und das in einer Geschwindigkeit, die so erschreckend ist, dass man sich überhaupt nicht ausmalen kann, wo das Ganze in den nächsten... Wow, geht gerade weiter. Bitte nicht auf die Kabel. Wo das Ganze in den nächsten drei Monaten endet. Denn wenn man sich überlegt, wo wir in den letzten sechs Monaten hingekommen sind, wenn wir uns anschauen, wo wir heute stehen, dann kann keiner von uns sagen, wo wir in drei Monaten stehen. Es könnte wirklich alles sein. Und das ist etwas, was die Menschen eigentlich in Angst versetzt. Das eigentliche Problem. Denn vor der Krankheit, glaube ich, hat mittlerweile schon selbst die, die noch Masken tragen, nicht mehr so wirklich Angst. Es gibt noch ein paar, die haben wirklich Angst. Aber wenn man mal reinschaut, so ich bin manchmal gerne, wenn wir eben auf dem Rasthof irgendwo stehen und tanken oder so, dann gucke ich gerne mal oben aus dem Fenster raus und schaue mir mal die Menschen an. Die laufen dann da so halbherzig in diesen Tankstellen-Naden rein, die müssen sich die Maske anziehen, mit einem Gesichtsausdruck, dass ihnen das Kind fast auf den Boden fällt. Dann gehen sie rein, machen ihren Job, gehen wieder nach draußen und dann reißen sie die Maske sofort wieder runter. Aber, laut Markus Söder ist es ja ganz wichtig, dass wir jetzt auf 250 Euro Bußgeld erhöhen, deutschlandweit. Und die Repressalien, die dann kommen, wenn man, ja, ja, und die Repressalien, die dann kommen, wenn man sich an diese Maßnahmen nicht hält, werden immer drakonischer. Und alle die, die sich kritisch gegenüber dieser Sache äußern, müssen nur um ihren Job fürchten. Das heißt, man baut ein Angstklima auf, das eigentlich nur zu einem kleinen Teil aus einem gesundheitlichen Aspekt besteht, bei den Menschen, die das nicht, die sich noch nicht mehr damit beschäftigt haben, und zum Großteil über eine autoritär-diktatorische Regierung, die jeden Bereich des Lebens kontrolliert und sanktioniert, wenn man nicht entsprechend der Regeln sich verhält. Und diese Maßnahmen gehen jetzt mittlerweile in jeden Bereich unseres Lebens. Jetzt hat man ja festgelegt, heute Morgen die Vorlage, habe ich ja gelesen, in der Zeitung jetzt, dass man jetzt einem schon Hotspot deklarieren kann, wenn 35 neue Fälle pro 100.000 in den letzten sieben Tagen in einer Stadt oder so auftreten. Das heißt, man hat jetzt mal diese komplette Vorgabe um 30% erhöht. Das heißt, früher waren es 50, jetzt sind es 35. Also hat man dann 30%, sage ich jetzt mal, als einfacher gemacht, dass man die ganze Nummer durchsetzen kann. und das bedeutet dann automatisch, dass man private Feiern regulieren kann und auch Versammlungen. Das heißt, man muss jetzt nur noch schaffen, dass man pro 100.000 Tests oder pro 100.000 Einwohner 35 Fälle innerhalb von einer Woche bekommt. Das kann man mit dem Drosten-Test ganz einfach machen. Man braucht dafür nur 35 Drosten-Tests. Das ist vielleicht so auch gemacht worden, um Kosten zu sparen, wenn ich jetzt das so überlege. Und dann kann man anfangen, den Menschen zu diktieren, wie ihr Leben auszusehen hat. Und zwar bis nach Hause. Das ist ganz schön Wahnsinn. Das ist etwas, was wir nie gedacht haben. Ja, bitte. Nächstes Jahr sind wir in denen kann ich nach bestem Wissen und Gewissen wählen. Ja, also die Frage, dass ich die Frage überhaupt noch bekomme, finde ich sehr interessant. Ja, die Frage war, Leute, die Frage war, wen man noch mit bestem Wissen und Gewissen wählen kann. Also ich kann euch mal eins dazu sagen, das hat der Bodo gerade auch schon gesagt. Es gibt in diesem Land eine Partei bisher, die mit uns gesprochen hat. Das ist die AfD gewesen. Die eine einzige Partei. Würde ich jetzt sagen, ihr sollt alle die AfD wählen, ich würde da keine Empfehlung von meiner Seite aussprechen, aber aus welchem Grund. Weil ich glaube, wir haben ein systemisches Problem in diesem Land. Es gibt einen Grund, weswegen die repräsentative Demokratie in allen wirtschaftsstarken Ländern so freudig etabliert wird. Denn die repräsentative Demokratie hat diesen entscheidenden Nachteil, dass diejenigen, die das Volk repräsentieren, nicht so viele sind wie das Volk. Und je weniger Leute du bestechen musst, desto billiger wird's. Und wenn man sich überlegt, dass pro Politiker in Berlin, ich weiß nicht wie viele, ich glaube, wie viele sind es? Zwei, zwanzig? Ja, genau, siebenhundert neun Politiker, genau. Aber wie viele Lobbyisten kommen pro Politiker? Ich habe irgendwo mal die Zahl gewusst, es sind eine ganze Menge. Und da werden pro, jedes Jahr werden da Budgets verteilt, die kann man sich gar nicht vorstellen, die nur darauf abzielen, dass man mit Politikern persönliche Kontakte aufbaut, dass man mit ihnen essen geht, dass man sie einlädt und so weiter und so fort. Die nur darauf abzielen, dass man die Jungs Linien treu macht. Das ist ein ganz offizielles Programm und das darf man. Dann können wir sagen, dann können wir uns sagen, ich meine, ja, wenn wir jetzt alle entrüstet sind, wir leben ja nicht erst seit gestern in diesem Land, oder? Und wir haben alle fleißig auch dran geglaubt, dass es vielleicht eines Tages ein gutes Ende nimmt. Wir standen, standet ihr schon vor einem Jahr, vor einem Jahr schon auf der Straße? Aha. Einer hat ja, genau. Meine Lieben, was ich damit sagen will, ist, ich glaube, wir müssen uns, und das ist das, was Corona eigentlich ist, es ist ein Katalysator, der ganz tief in die Gesellschaft eindringt und der uns alle dazu ermutigt, uns zu hinterfragen, in was für einer Gesellschaft wir leben wollen und welche Konsequenzen notwendig sind, wenn wir diese Krise nachhaltig überwinden wollen. Denn wenn wir nur darauf beschäftigt sind oder nur darauf abzielen, diese Maßnahmen wieder wegzubekommen, dann haben wir nichts gelernt. Da kann ich euch nämlich genau sagen, geht es ein Jahr und dann kommt der nächste Hund, den man durchs Dorf treibt und danach stehen wir wieder hier. Das Problem ist, wenn eine Gesellschaft sich ändern muss, und das ist auch eine Diskussion, die ich immer wieder bekomme und eine Frage, dann muss das in jedem Einzelnen sich ändern, muss das in jedem Einzelnen beginnen, denn Gesellschaft seid ihr und bin ich. Wir sind Gesellschaft, die wir hier stehen und die Gesellschaft wird sich nicht ändern, wenn sich die Menschen nicht ändern und wir können nach noch so guten Systemen uns umschauen, wir können noch so viel sagen, die Medien müssen aufhören, Schlechtes zu erzählen, wir können noch so viel sagen, Christian Trosten muss abgeschafft werden und so weiter, dann wird der nächste kommen, der irgendeinen Schmur erzählt und nur, weil wir alle nicht Bescheid wissen und geben die Verantwortung gerne an andere ab, rennen wir dem hinterher und stehen danach wieder hier und müssen demonstrieren. Das Problem ist, wir müssen endlich lernen, dass Verantwortung von der Gesellschaft beim Individuum beginnt und das heißt, wir alle müssen ein aktiver Teil sein. Ich meine, wenn ihr das Grundgesetz nehmt und lest, schlag mal dieses Vorwort auf von Frank-Walter Steinmeier, das ist der Mann, der sich so herzlich bei den drei Polizisten bedankt hat, die das komplette Deutsche, den Reichstag gerettet haben. Selbstverständlich. Nein, wenn man das anschaut, dann steht da vorne drin, dass jeder von uns dazu ermutigt ist, die Rechte beziehungsweise das, was in diesem Grundgesetz steht, zu verteidigen und mitzugestalten. Was ist denn da los heute? So. Wahnsinn. Also ich muss stehenbleiben, ich darf mich nicht bewegen. Oh, das ist ganz schwer für mich. Aber wir sind aufgerufen, das mitzugestalten. Und das Interessante ist, wenn man es dann mitgeschaltet und sagt, wir müssen was ändern, dann ist man gefährlich, verwirrt und muss am besten direkt von irgendwelchen Polizisten abgeführt werden. Aber nichtsdestotrotz hat er recht. Wir müssen uns überlegen, was es bedeutet, dass wir hierher gekommen sind. Wir müssen uns als Gesellschaft überlegen, wie es hat passieren können, dass über die ganzen Jahrzehnte, in denen wir schon in diesem Land leben, es zu diesem Punkt hat kommen können. Denn diese Verantwortung liegt bei keinem anderen als beim Volk. Denn jedes Volk hat den König, den es verdient. Und wenn ich sehe, wie in NRW die Wahlen gelaufen sind und die CDU wiedergewonnen hat, dann muss ich sagen, haben wir offensichtlich noch nichts gelernt. Weil die Bevölkerung immer noch freiwillig diese Leute wählt und damit einverstanden ist, dass es so weitergeht wie bisher. Deswegen ist es notwendig und das ist immer das, wo ganz viele kommen und sagen, ja Samuel, aber wir erreichen noch nicht viele, guck mal, es sind immer nur gerade 500 hier vielleicht, aber in Deutschland leben 82 Millionen, wie sollen wir das jemals schaffen? Wir werden das doch niemals, was kann ich tun? Wir müssen zu den Medien, wir müssen den Drosten wegkriegen, wir müssen zur Merkel, müssen wir gar nicht. Wenn jeder von euch sich um den kümmert, den er jeden Tag trifft, wenn jeder auf den zugeht, mit dem er vielleicht an der Tankstelle oder so irgendein Gespräch hat oder jeder, der zu euch kommt und sich über irgendwas beschwert. Kennt ihr Leute, die zu euch kommen und sich über irgendwelche Dinge beschweren? Seht ihr? Alle die, die kommen, da könnt ihr ansetzen. Immer wenn jemand kommt und sich über irgendwas beklagt bei euch, ist es ein Punkt, an dem ihr einhaken könnt und mit einer klugen und schönen Bemerkung diesen Menschen darauf bringen könnt, dass wenn er etwas an seinem Zustand ändern möchte, er selber tätig werden muss und nicht jemand anders. Und wenn jeder von uns das tut, wenn jeder von uns ein Apfelbaum ist, dann werden wir es schnell schaffen, dass wir viele, viele Menschen gewinnen. Denn jeder von euch, wir können das nur zusammen, wir können das nur in der Menge, weil du kannst so viele YouTube-Videos machen, wie du willst und der Wolfgang kann hier vorne mit seinem Schwäbisch so viel stehen, wie er will. Wenn ihr nicht alle mitmacht, dann werden wir niemals auf die Stückzahl an Menschen kommen, die wir brauchen. Und es müssen noch wesentlich mehr werden. Insofern haben wir alle eine Aufgabe. Ich finde, es ist toll, wenn man in einer schwierigen Situation eine Aufgabe hat. Es wäre schlimmer, wenn man in einer schwierigen Situation keine Aufgabe hätte und man würde sagen, oh nein, jetzt kommt das alles hier und ich weiß gar nicht, was ich tun kann. Falsch. Wir wissen, was wir tun können. Wir wissen, wo wir hinwollen. Wir wissen, was das Problem ist. Wir können an Wissen weiter wachsen. Ich bin sicher, wir haben alle neulich alles gelernt. Wir können uns weiterbilden und wir können andere Menschen anstecken. Weil wisst ihr, was das Tolle ist? Auf dem geistigen Niveau funktioniert Ansteckung perfekt. Und da finde ich gerne einen Superspreader. Insofern steckt andere Leute an. Mit Freude. Mit Zuversicht. Mit einer Lösung. Mit Hoffnung. So, dass die Menschen sehen. Wisst ihr, das Tolle ist, ihr müsst den anderen Menschen nur dahin bekommen, dass er sagt, Mensch, da ist jemand, der hat überhaupt keine Angst vor diesem Corona-Ding. Der trägt doch einfach die Maske nicht. Der kommt mit dieser Situation klar. Der weiß genau, was Recht in diesem Land gilt. Der kennt sich da aus mit den Lehrern. Der weiß über die Studie Bescheid. Der ist immer gut drauf. Der ist hoffnungsvoll, dass sich das alles ändert. Der ist aktiv. Der trifft sich mit anderen Menschen. Der netzwerkt. Der ist immer am Start. Das ist ein toller Typ. Du musst ihn mal fragen, warum der das macht. Wenn wir das erreichen, dann haben wir ein ganz, ganz offenes Herz, zu dem wir sprechen können. Und da bin ich mir sicher, dass wir Erfolg haben werden. Aber das funktioniert nicht, wenn ich so durchs Leben gehe. Und mal anfangen, bewusst zu konsumieren. Denn jeder Kassenbeleg ist ein Stimmzettel. Wir müssen anfangen, bewusst zu konsumieren. Natürlich. Ja, aber das ist ja, sag ich mal, das kommt eins nach dem anderen. Das sind alles Konsequenzen. Wer Eigenverantwortung übernimmt, lebt bewusst. Das ist die logische Konsequenz. Denn wir merken, wenn wir alles selber tun müssen, dann werden wir uns auch um diese Sachen kümmern. Andere Leute, die das nicht wissen, die verlassen sich darauf, dass Nestle die Lebensmittelqualität übernimmt. Und dass die Chinesen sich um Fairtrade kümmern. Aber insofern, meine Lieben, übernehmt Verantwortung für das, was wir hier vor uns haben. Es wird nicht einfach. Und ihr seht, jetzt kommen Repressalien, die eventuell sogar noch härter werden können, als das, was wir bisher hatten. Und es werden bestimmt irgendwann mal Menschen, und wir haben es ja so in Australien gesehen, in Österreich, per Eifler, dem wurde die Approbation entzogen, und danach wurde direkt mal das Sonderkommando zu ihm nach Hause geschickt. Nur weil er Corona-kritisch ist. Ja, natürlich, die waren daheim bei ihm, haben mal geguckt, ob er aufgeräumt hat. Meine Lieben, Heiko Schöning war fast 24 Stunden in London festgehalten worden. Warum? Weil er zu mehr als 30 Leuten von der Parkbank gesprochen hat. Das war der Vorwurf. Ja, und ihr dürft nicht vergessen, das Gleiche ist in Berlin auch passiert. Ihr habt ja gesehen, wie sie die Leute abgeführt haben. Die waren dann zwar wahrscheinlich ein bisschen schneller wieder draußen, aber auf welcher Rechtsgrundlage. Und wenn ihr uns jetzt gerade fragen, wie viele Verfahren aufgrund dieser Tatsache gerade am Laufen sind, da könnt ihr mal bei Markus Heinz anrufen oder bei Ralf Ludwig und fragen, ob die gerade zu tun haben oder nicht. Ihr seht also, es sind viele Dinge, die erfordern aber alle eine Antwort und die ist Standhaftigkeit, ausharren und vorangehen und nicht sich beeindrucken lassen von dem, mit dem sie drohen. Denn alles, was die haben, ist ihre Drohung und ihre Lügen und sie können nichts tun gegen jemanden, der friedlich hier vorne stehen bleibt und sagt, hier bin ich, ich kann nicht anders, wir können tun, was wir wollen, wir gehen nicht weg. Wir bleiben hier. Das haben wir Das haben wir grandios in Berlin gezeigt, zweimal, wo es hervorragend funktioniert, das hat ein Zeichen gesetzt in ganz Deutschland, egal ob die Medien darüber berichtet haben oder nicht. Ja, ich habe gerade neulich, habe ich jetzt heute Morgen, habe ich nochmal einen kurzen Ausschnitt gesehen, ich glaube es war bei RTL, wo sie wieder gesagt haben, wie schlimm das doch ist, dass die Corona leugnen und so weiter und da haben sie zum ersten Mal über die Demo in Berlin einen Ausschnitt gezeigt, wo Robert Kennedy Jr. gesprochen hat. Sie haben zwar den Ton nicht eingeblendet, man hat zumindest mal ein Bild gesehen nach acht Wochen. Ist doch schon mal was. Wahrscheinlich hat Lars Wiener, der Leiter der Abteilung Recherche bei T-Online erstmal recherchieren müssen, ob so wirklich der Robert Kennedy war, bevor er es freigegeben hat. Weil er prüft ja die Fakten doppelt und dreifach. Insofern hat es ein bisschen länger gedauert, aber ihr seht, ja, all diese Berichte, alles das sind kleine Tropfen auf einen Stein und solange der stetig ist, höhlt er den Stein. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass die Tropfen stetig kommen. Schritt für Schritt, bei jeder kleinen Veranstaltung, bei jeder Organisation, bei jedem Team das Flyer verteilen, bei jeder Gruppierung, die sich engagieren will, werdet Teil davon. Wenn ihr tolle Ideen habt, kommt nicht zu uns und sinkt uns die Ohren damit voll. Wir wertschätzen jede tolle Idee, aber wenn ihr was verändern wollt, dann müssen die Ideen von wem umgesetzt werden? von dem, der sie hat. Das heißt, wenn ihr eine tolle Idee habt, sucht euch eine Gruppe, sucht euch ein Team. Fangt an, was mit denen zu machen, baut das auf. So haben wir auch angefangen. So funktioniert das. Oh nein, Samuel, aber du hast so viel Reichweite, die habe ich überhaupt nicht. Ich kann das nicht machen. Meine Lieben, wir müssen alle von diesem Denken runterkommen. Der erste Schritt ist immer der nächste. Das heißt, egal wie viele Follower ihr habt oder wie viele Bekannte ihr habt, ihr macht den ersten Schritt, dann lernt ihr, wie man den zweiten leichter macht und der dritte, da rollt man schon. Und dann geht es Stück für Stück nach vorne. Und jeder von euch kann das tun, was wir tun. Solange ihr reden könnt, solange ihr an anderen Menschen Kontakt aufnehmen könnt, solange ihr engagiert seid, solange ihr für das Einstehen wollt, woran ihr glaubt und die Prinzipien Wahrheit, Frieden, Brüderlichkeit, Gerechtigkeit und Liebe für euch was bedeuten, dann seid ihr mit allem ausgestattet, was es benötigt, um ein aktiver und wichtiger Teil dieser Bewegung zu sein. Deswegen, deswegen nehmt die Chance wahr, ich wollte schon immer mal was tun. Meine Mutter hat immer gesagt, ja Samuel, wenn du dich anstrengst, wirst du eines Tages vielleicht weit bringen. Nein, das hätte ich mir nicht ausgesucht mit so einem Bus und so einem Schwindeldoktor. Nein, Sparen. In den wilden Schwaben durch die Prärie zu fahren. Und apokalyptischer Reiter. Durch die Prärie zu fahren. Aber es ist doch toll, dass man weiß, man kann in der Welt was verändern, oder? Also, dafür sind wir hier. Lasst uns was verändern in dieser Gesellschaft. Alle schauen auf Deutschland. Und Deutschland ist sehr, sehr viel los in diesem Sinn. Und das ist jeder Einzelne von euch. In diesem Sinne, bleibt mutig, geht voran, habt euer Ziel im Auge, lasst euch nicht beirren, macht Fehler, lernt daraus, werdet besser, macht den Fehler nicht zweimal, macht einen anderen Fehler, lernt wieder daraus. aufstehen, weitermachen, aufstehen, weitermachen. Es sind viele andere hier, die wollen euch ermutigen, wir sind auch dafür da. Danke, dass ihr heute da wart. Wir sehen uns auf jeden Fall alle wieder. Gottes Segen euch. Vielen Dank, Heidenheim. Hallo. Danke. Wir sind hier in Heidenheim sehr aktiv. Und wir stehen hier schon seit April auf der Straße. Ja. Ganz schnell. Jetzt am Samstag um 11 Uhr bitte alle kommen in die George-Lewein-Anlage. Der kleine Tag vor dem Bahnhof. Und die nächste Großdemo ist geplant. am 28.11. in Aalen. Seid alle dabei, kommt bitte. Da hinten stehen noch Flyer, sind auch von Boto Schiffmann. Es geht um die Kinder. Vernetzt euch. Hier in Heidenheim der Telegram-Kanal heißt HDH. Eltern stehen auf für Aufklärung und Freiheit. Und Facebook. Der Widerstand wächst. Und habt ihr euch nicht über die Auflagen gewundert? Lockere Auflagen. Weil wir kämpfen hier schon seit April. Vielen Dank. Und vielen Dank an die Ordnungskräfte und auch die Polizei hier. Wir haben auch hier wieder überhaupt keine Probleme gehabt. Das ist großartig. Das ist großartig. Vielen Dank. Und das meinen wir am ganzen Herz. Also bleibt bitte auf Abstand bei der Sache. Jetzt bitte nicht alle auf uns zustürmen. Wer gerne noch ein Bild haben will, wir machen das wieder so, dass wir uns dezentralisieren. können. Das heißt, der Samuel rennt in eine Richtung, sozusagen ich in die andere. Und dann guckt er, dass er euch die Richtung aussucht, die euch besser gefällt. Und die anderen, denen es reicht, wenn wir einfach euch sagen, dass ihr ganz toll seid und wir uns freuen, dass ihr hergekommen seid. Den wünschen wir einen guten Nachhauseweg. Und vielen Dank für alles. Genau, ich komme gleich raus. Ich gehe noch kurz den Stream beenden und dann bin ich da. Also keine Angst, ich gehe nicht weg. Ihr könnt alle da stehen bleiben, wo ihr seid. Dankeschön. Merci. Bis gleich. So. Jetzt sind die Fans natürlich wo wir ein Foto haben wollen. Jetzt gehen wir mal rüber. Jetzt machen wir mal ein Rundumbild. Hervorragend. Sehr zahlreich vertreten. Wunderbar. Wunderbar. Eine Heiligstuerei. Und jetzt. So, ein bisschen man merkt es. Es ist riesig hier was los. Sehr, sehr viele Leute. Also weit über 300 Personen bestimmt. Ich habe vorher schon mal 100 Personen gezählt. Und das war also mindestens die dreifache Menge vom Optischen. Also es ist richtig was los hier in Heidenheim beim Konzerthaus. ist. Ja. Also. So. Oh, da kommst du nicht? Schön, schön. Was für Buch ist denn das, wenn man fragen darf? Was für Buch ist das, wenn man fragen darf? Ich hab schon zum Licht. Okay, aber das ist nur der von Samuel. Bitte? Das ist nicht vom Samuel. Okay, einfach mal unterschreiben. Ja, genau. Super, cool. So. Oh, da kommst du nicht, schön. So, jetzt gehen wir mal zum Finish über.